ARD Text im Auftrag von Funk Das ist immer gut wenn alle gleichzeitig nachladen müssen Leo auf, Pascal auf So jetzt Alex, du hättest die Fresse oder du spielst irgendwann mal mit Nehmann jetzt so, oder? Merde ich ernsthaft Darum ich besitze euer Spiel nicht Leo der Scheiß-Auf, Spasti Lehmann nicht okay? Pixel Wenigstens werd ich nicht zapfen genannt, Leo Wär beinahe wieder dringewesen, ganz kurz noch nicht dringewesen Und wir dringend können sieben Tage lang, was sollen wir dringend dringend Don't do this Don't fuck with me German Nazi Or I'll call you after the game 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 Black Best game It's stolen 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 Dance Stolen Dance Die weg Die weg Hinter dir Hinter dir Alter dieser Lacker Aua Komm schon der hat nur noch 12 AP Ich wußte nicht welche Warum spielst du überhaupt mit der Shotgun, du bist voll der Bot, Leo, kann das sein? ja ich spiele auch mit dieser komischen elektro shotgun das ist die schweizschotgang du hast ich habe gerade anders durchsucht er hat einen kipp ey warte ja ok da ist kein froh weil wahre nice shotgun ist übelst gut als wenn man es immer gegen die shotgun sagen wenn man damit spielen kann ok alter es gibt so einen bienenstichkuchen im lidl und der schmeckt geil edel edel oh ja ist er halt echt gibt den lidl bockwürste ok und die letzte mag keiner warum weiß nicht sind alle vegetarier geworden da kommt niemand ist er halt echt so warum gibt es in letzter Zeit so viele vegetarier ach du weißt auch nicht du weißt auch nicht du weißt auch nicht du weißt auch nicht ok ja als Maul oh ja doch schassi das schaffst du 3 vs 1 in Wahrheit haben die alle kein Geld für Fleisch ja ja richtig ja hinter dir ja basti unser Pro unser Pro Basti hat nach oder hab schon nachgeladen oh hab's gar nicht gesehen ja manchmal ist da so ein Wack drin oh oh jetzt kommt die Schreise da war die da nicht dahingehend weil was wobei ich hab gedacht die haben die Bumpe nicht ich komm auch mal von der anderen Seite ok ciao nein nein ich hab keine Zeit mehr Basti ich muss es von der einfach schießt 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 ah das ist weiter ja trotzdem der andere noch dann tust du jetzt komm ach die Distanz kann ich überhaupt nichts machen aber du hast 2 von 3 erwisch das war gut wenn wir den Hubschrauber in GA kurz campen ok wie war doch mal Leo hast du das mit der Theorie dass B kurz so lange ist ja das war ich ok was für eine Theorie oh Gott Leute hast du die Theorie noch drauf Leo wird schwierig egal hau raus wie war das also sie haben jetzt nur einen Weg der Weg ist B lang ey ja genau B lang ja aber B lang ist länger als B kurz ich meine kürzer als B kurz nein 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 B lang ist jetzt der äußere Weg wo du auch bei A kurz lang läuft ja das Prinzip ist B lang ist die Hälfte von A kurz ne die Hälfte von A kurz oder ne 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 B lang ist genauso lang wie A kurz da war jemand neben mir einfach so random mal ich hab nicht gewusst aber warum ist aber B lang B lang so wie lang ist genau so lang wie A kurz ja und da ja B kurz halb lang ist wie B lang wissen wir dass B kurz halb lang ist wie A kurz ja und da wir wissen dass A lang doppelt lang ist wie A kurz wissen wir auch dass B kurz vier mal A lang ist ne 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 das kannst du nicht was was hast du in der Not hast du in Mathe Alter Leo das gibt's doch nicht das war ne andere Theorie die ist aufgegangen letztes Mal oder ich hab nicht recht dazugehört die waren so erklärt das ist falsch ne A lang ist doch genau nicht eine B lang wenn immer das Doppelte ist und das B kurz und A lang ist wie A lang Alter 86 nein weißt du nein B kurz ist viermal so lang wie A lang B Leo ne 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 офs nothing ne weissen ne si ne 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 ich tot. Jetzt kann ich mir ne AUG und geh A. Ich geh B. Ich geh B. Die Theorie geht nicht auf, wenn du von A losläufst, äh von C-T losläufst, sondern die Theorie geht auf, wenn du von T losläufst. Hä? Die Theorie geht nie auf, wenn du sagst, dass A lang und B lang gleich lang sind, ja? Dann sagst du... Was? A lang und B lang gleich lang. Hat dann A Leo gesagt, ja. Und wenn A kurz genauso lang wie B kurz ist, und dann B kurz die Hälfte... B, nein, B lang ist so lang wie A kurz. Scheiß Franzosen, Chevette, Kött. Ich hab zwei HP, meine Freunde. Da kommt einer von links, genau. Bzw. die gehen A lang. Zwei, mindestens. Es geht nur darum, dass wir jetzt wissen, wo B lang ist. Und B lang ist eine Strecke, wo auch A kurz ist. Ich fand aber die ursprüngliche Theorie fand ich cool. In Theorien sind es egal. Es ist nämlich das... Oh Leute. Selte Realität, Leo, ne? Realität in der Virtualität. Holen dir Basti, holen dir. Komm schon, hol... Warte, zwei HP. Was willst du? Ach so, oh, wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, da ist mehr drin, aber ja. Es kommt schon. Noob Slayer. Noob Slayer. Noob Slayer. Was für Kacke ist, wenn du tot bist, kannst du die Bomben... den Bomben-Timer nicht sehen. Finde ich übelst. Kacke. Hä? Wo kann man... Hä? Wo gibt's den Bomben-Timer? Ja, ich Bomben-Timer, die Bomben-Timer. Die Bomben-Timer. Ja, ich Bomben-Timer hat... Wie die Bomben-Timer hat... Wie die Bomben halt drin halt. Ne, warte. Die Bomben-Timer-Timer. Ich Bombe nicht behe. Brozes A gay... Violets A gayer... Das ist top-Tor. Knappelsal. Uhhh, listen to Slayer. So war das. Noob Slayer hat ja jetzt selber. Oh, noob. So ein Durst Kann einfach nicht aufhören So ein Mist Scheiße Was kaltes der Enkel Ich sag scheiß Hurencamper mit AWP Savarinetz die ich demnächst auch hab Also ich hab die C4 hier Darf ich nochmal in der Woche warten weil Michi nicht online kommt Und keine zwei Minuten Zeit hat mit mir zu handeln Wieso kommst du denn nicht schauen? Er muss Animes schauen, mit seinem Vater gehen Was mit seinem Vater? Ich mach das immer beides auf einmal bei meinem Vater an, wie es schaut Auf jeden Fall haben wir vor den 10 Minuten geschrieben Aber er hat keine zwei Minuten Zeit mir einen scheiß AWP-Skin zu geben Ich glaub er hat Angst davor Ich weiß aber, dass er einen gekauft hat Ja, das weiß ich auch Ich hab voll Back Oh Gott Das läuft die Dattel Du bist so cool Danke, Danke Das läuft die Dattel Du bist am Ruhen Das läuft die Dattel Das läuft die Dattel Ich schau nicht zu Denn unser Nut ist Du bist wirklich behindert MVP Und Cleo hat auch einen MVP Der sondert komische Geräusche ab und hat Spassmen Ja Ja Spassmen Und Wie hieß nochmal? Ich heiße Tourette Tourette Nein Wer ist der Tourette? Übertreibt man den Busten Ähm Ja Alter Er hat mir einen HP abgezogen Wichser 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 Deswegen bin ich dachte, du bist rausgeflogen Nice Hab Kontinu in den Köder Gerade hat er den Kopf geworfen Und dann bin ich rausgeflogen Gewerfen Und da haben wir auch auf Fahrt LOL LOL Alles Mitte Alle Mitte Alle Mitte Ach Gott Ach schuhe Was heißt du bitte? Was denn? Gewehrte Küche oder so Moment Was ist das? Gott Holy Moly Ist der stark Wäääääh Muskaille mach mal Kanten Glättungen an 35 Ah guck Da hab ich auch so weggesnackt Einfach so random mal Hallo Kicksnackt Jo Kicke Boah Fuck Dennis Komm schon Dennis Komm schon Dennis Oh Sniper Battle Muskaille Heftig Pascal! Heftigste Scheiße, muss ich mal sagen hier. Leute, jetzt mach die anderen auch eine Auto. Hol die andere Weapon und dann geht's mit Dennis, Alter. Mach da einen Range Cross. Boah, was? Ich hab hier nichts gezogen, das ging voll rein. Mach keinen Scheiß jetzt. Ey DJ, mach keinen Mist. Nimm aber nicht die Waffe, die hat kaum mehr Schu... Ja, die kannst du nehmen, die AK. Ey DJ, mach keinen Mist. Kann immer eine andere Waffe was machen? Nein, nein, die M4 hat kaum mehr Muni. Leute. Leute? Er legt jetzt die Bombe. Das sind dir ganz sicher. Mach Gas, Pascal. Mach Gas, Pascal, lass mal Gas gegeben, so wie es sich hört. Jetzt gönne ich mir wieder... Kleigas! Ich mach ihn klein. Machst du ihn klein? Wen machst du klein? Ja. Du wirst schon sehen. Mein Cock als ein Leo. Ja, ich bin selber kleiner als ein Alex. Oh, Crystal! Was bist du eigentlich? Hast du es gesehen? Heißt, er sitzt jetzt in... Wirst du wirklich ein Listigalitti? Ja! Listigalitti! Aber net. Bester Mensch, alter! Bester Mensch, alter! Distigalitti! Ja, besser als ähm... gewisse andere Namen. Wie heißt du? Dicke Toffeln. Was? Dicke Toffeln. Ich hab nicht mal bei Dicke Titten Kartoffelsalat versungen. Dicke Titten Kartoffelsalat. Dicke Titten Kartoffelsalat. Dicke Titten Kartoffelsalat. Das geht genau so auf wie ... Abedie 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 Fass doch mal den Tekken Scheiß anhören Es ist embarrassing, Kosti, es ist embarrassing Es ist embarrassing? Ja Embarrassing meinst du? Nee Embarrassing Auf jeden Okay Ich bin doch gelaufen, ich bin doch gewalkt Ich bin doch gelaufen, ich bin doch gelaufen Der Loopsler kann noch weniger als ich am Lever Alter, warum hat der so gutes Aim? Erstmal in Twist Duell Es steht 7-2 für den Gegner, warte mal Ihr seid ein bisschen in der Nacht, aber sonst Ich bin doch gerockt Wieso ging das nicht? Ach du hast ne Wurm Wieso ging das nicht? Willst du mir eine Waffe kaufen? Hat jemand Money am Start? Was? Dennis, willst du mir eine Waffe kaufen? Nee Ich Dennis, gib mir Geld Dennis Top Ich hab kein Geld Du wirst du als Kind misshandeln Gib mir die Waffe mal wieder Hast du mal ganz recht Weiß Oh, eh Ja, wenn ich sterbe Ja, wenn ich sterbe halt, ne Und so, sonst kriegst du sie halt auch Da haste Ködergranate Achtung Ah Hab zwei HP Ach, noch einer Wieso ist der scheiß Sniper da, wenn Pascal, wenn ich raus runter, Pascal, wenn er da raus runter ist er nicht da Wieso? Wieso? Wieso mag der was kein Geld geben? Pascal? Dein Ernst? Der ist doch gemutet, keine Ahnung, wahrscheinlich hüpfen wir kleine Kinder auf ihm rum Oh man, ich hab noch ein Quizduell verloren Oh Ich mach mir die Welt Welt Hey, Petra heißt auf Deutsch Stein Petra, das griechische Wort heißt auf Deutsch Stein Stein Ich hab geraten, das war richtig Nein, er hat mich, er hat mich aus dem Nahkampf gequickscopet. Sind die ungefähr? Ich habe einen Schuss gemacht, das war der Headshot. Hier, bei mir, komm zu mir, Leo, komm zu mir, Leo. Hier ist die Bomber bei B im Gang. Ah, okay, danke schön. Oh, wow, 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 da steht es 6 zu 6, das wird ein knappes Ding. Die zweite Unter, wo durch Gerieter Spannschkönig, ja, ja, ja. Elefantenjagd, ja, richtig. Alter, das passt gar nicht so viel. Welche deutsche Partei kam bei der Bundestagswahl 2013 erstmal in ihrer Geschichte nicht in den Bundestag? FDP, yay. Du weißt, was abgebildet ist, yo, du weißt, was abgebildet ist. Der Papst tritt zurück und Deutschland wird einfach vom Meistern Frauenfußball, in welchem Jahr? Ich glaube, ich gebe dir. Was? 2013, ey. User disconnected from your channel. Oh, man, oh, der Gegner hat auch alles richtig gehabt. Kein Foto umfällig. Alex. Ach, Alex. Ja. Wo ist denn da hin? Okay, er steht 9 zu 9, letzte Runde. Adel, verschreib mich 3000 Mal. Rund um die Welt. Ja. Welche Stadt hieß während der Sowjetzeit Leningrad? Ähm, St. Petersburg. Fuck yeah. Weißt du sowas? Ich weiß es. Äh, wegen Geschichte. Ich habe aufgepasst. In welchem Bundesland befindet sich mit 3 km unter den Normalen und der Niedrigpunkt Deutschlands? Was ist Niedrigstes? Niedrigstes Jahr. Niedrigpunkt Deutschlands. Niedrig. Was? Warte. Ah, Schleswig-Holstein. Welches dort liegt? Fuck, Alter. Nein! Ich habe doch... Ich habe doch eins richtig von dreien. Okay, muss ich hoffen, dass der Gegner Scheiße ist. Hast du schon mal gegen Herr Littwitz gespielt? Nein, ihr habt keinen Bock. Der ist zu gut. Aber Paul. Patrick schon. Ja, ich weiß. Gibt es da Elo oder so ein Scheiß? Ja, Herr Littwitz ist von Deutschland. Platz 300, glaube ich. Von... Ein paar... Von einer Million, glaube ich sogar. Alter. Nicht schlecht. Mistiger Litti, haut rein, Alter. Oh, ja. Mistiger Litti. Na, Mann. Erstmal ein paar neue Game-Starts. Was? Wovon werde ich... Ich weiß nicht. Mal gucken. Äh, Littwitz. Oh, geil. Moment. Da ist kein Eich drin, aber davon wäre nicht richtig krass. So. So. Ey, du Fick-Schnitzel. Was guckst du so? Und weiter weiß ich nicht. BASTI! 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 Okay, beliebiger Spieler. Puh. Ich bin dran. Puh. Bereich... Leo, das ist sicher, sicher, dass das Kino-Ber. Beliebiger Spieler, das ist am Arsch, weil... Bereich Kino-Frau. Ewig. Leo, versteck dich da, versteck dich da. Die haben noch weniger Sekunden zum Planeten, du hast keinen AP. Wie heißt Bones Böse-Wirchen? Nicht... Guck mal... Bones Bösewicht im Film-Casino-Royal. Äh, Le Chiffre. Danke! Puh, Pascal, bester Mann, Alter. Wie heißt der Endzeit-Thriller in Daniel Smith, den letzten verblieben gesunken Menschen in New York spielt? I am legend! Äh, I am legend, genau. Welche weibliche Schauspielerin spielt die Charmante Emmeline, Pauline, die fabelhafte Welt der Emmeline? Oh, Gott. Sag mal, gibt's da Auswahlmöglichkeiten? Ingrid Bergmann, Uma Thurman, Lena Endre, Audrey Tutu. Irgendjemand am Lagen? Audrey Tutu. Dankeschön. Boah, Alter, Wasti, du bist bester Mann. Erste Runde, erstmal 3-0-Rulen. Kennt ihr den Anfang vom Film, da wo sich die Mutter, wo die Mutter mit der, äh, Avenida zur Kirche gehen will, da bringt sich jemand um und fällt auf ihre Mutter? Nice. Nein, weil, ach, Mann, oh. Ja, schon, Wasti, schon okay. Ja, nicht ganz sicher. Ach, Scheiße. Genauso weine ich meine Freunde. Nice. Und wo kommen die? Ja, ich weiß nicht, was die tun. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben! Genau da. Hatte ich keine Chance. Doch. Nein, hatte ich nicht. Welche Hunderasse sind Snoopy aus der Comics-Serie? Ist Snoopy, ach so, äh, warte. Terrier, oder? Es gibt doch, es gibt doch Quiz-Duell bestimmt für iOS, oder? Beagle-Laboration. Ich weiß nicht. Ging schon. Dann könnte ich mir eigentlich mal ein... Beagle! Nein, warte mal, oder? Ach, keine Ahnung. Das soll's eigentlich schon geben. Wie heißt der unmusikalische Trapadour in Asterix? Ich hab Asterix und Obedex nie geguckt. Oh, wie hies'n der? Der, was denn? Meinst du, wie, Auswahlmöglichkeiten der Dich? Scheiße, jetzt hab ich falsch gemacht. Ich dachte, du wolltest Mayo-Fix sagen, oder wie der heißt. Weil du hast mal gesagt. Ah! Wie heißt der Auswahl? Ach so, jetzt muss ich mir schon mal... Ja. Ist eh schon falsch. Ich hab's dir sagen können, nicht, wenn ich den Namen gehört. Wie heißt der? Mach mal... Scheiße, 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 scheiße. Mirat! Nein! Trapadix. Ja, ja, Trapadix. Das war richtig. Ja. Hast du doch auch gesagt, oder? Letzte Runde? Okay, spielen. Ich bin dran. Sieben Tage lang musst du noch mehr trinken. Boah, Leute, die spielen viel zu schnell. Erstmal B die Runde, alle. Erstmal B die Runde. Aua! 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 Trinken. Sieben Tage lang muss man ja trinken. So ein Durst. Was soll der Scheiß? Und in dieser Rarenliste wird man dann immer herausgefordert zu so'n Shit. Und bettet sich dann immer die Ersten und so. Ich weiß es nicht. Du kannst deine Freunde herausfordern. Ja, deine Freunde. Und wenn du... Danke Dennis. Oder halt nur beliebige Spieler. Ja. Ja. Und... Ja. Bei der Vollversion kannst du dann so'n eigenen Avatar Scheiß erstellen. Äh... Scheiße. Und äh... Statistiken und so anschauen. 2B kurz ist einer. 2A-Bombe. 2A-Bombe. Heute mal ankündigen noch mal hier. A ist die Bombe. Ach, dann. Alter, dieses Ame. Musik und Heads. Ja, die haben teilweise übelst die guten Mails. Wer landet mit der Saison nur noch kurz die Welt retten? Tim Bensko? Wanne 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 no wanne 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 wanne. 2008 in Deutschland für die Single. So soll das bleiben und vom selben Stern jeweils die Platinschaltplatte. Warte, vom selben Stern? Warte. Warte, vom selben Stern. Adeltabil. Nein! Was. Gibt es da nicht? Es ist nicht egal. Ist ja nicht geil. Wir sind ja geflogen, ihr seid ja geflogen. Ähm... 1&1. Ich und ich war das Scheiße. Ah Ne. Ist doch Adeltabil. Ich war unter Zeitdruck. Ich meinte ja mit 1&1. Mann, Bastien, es war richtig, aber ich hatte Zeitdruck. Ich meinte mit 1 ist 1 ich und ich. Wie lauscht der damals? Weil da ist der Typ doch an der... Der Afro-Typ ist doch noch so oft drin, oder? Nein! Na, Manu! Das war ne Kack-Runde. Aber das war doch Adel und Taville bei... Ja, ja, bei 1 und 1. Oh Gott! Weil ich und ich ist Adel und Taville, oder wie der auch immer da heißt. Ja, warum zählst du denn nicht? Ja! Ich bin ein, wenn wir alle wieder... WTF?! Ist doch bei ihr als Wichse. Ich und nicht... Basti, der Verwestern. Boah! Bommelig hier, Leute! Bommelig hier! Ja, die Runde ist verloren. Nein, nein, nein! Bommelig hier. Ich mach nen Kari! Den Shit! Den Shit! Den Shit! Ja, ich kenn deine Stimme, hörn! Sie klingt aus der Hölle hoch! Hölle, Hölle, Hölle! Ja, ich dachte deine Stimme, hörn! Alter, was war das denn? What? Ich hab gewusst, die Runde ist weg! Ich hab gewusst, wir haben... Die 2000er! Wie viele Schuljahre muss ein Abiturrent im G18-System absolvieren? G18? Bin schlecht! Bin schlecht! Bin schlecht! Wie viele was? Ja, 8! Wie viele Schuljahre muss ein Abiturrent im G8-System absolvieren? Ja, 8! Nein! 12! Ja, hatte ich richtig! Ja, das sind... Ach ja, stimmt! Stimmt! Acht Jahre halt auf dem Gymnasium und vier an der Grundschule! Let's go! In welchem Jahr herrschte in Deutschland eine Hitzewelle bei der Temperaturen von über 40 Grad herrschten? 2007! Gibt es nicht! Scheiße! 2011? Nein! 2006! 2003! 2003 war richtig! Mann, ich war unter Zeitdruck! Sag es doch früher! Ja! Das hatten wir in Physik heute! Trotzdem wirst du 2007 sagen, obwohl du's heute hattest! Mir war auch irgendwas seit 2007, weil da hatten wir auch im Blatt! Das war dann noch heißer, was der heißeste Monat! Jasmin Revolution! Scheiße, das hatte ich doch schon! Was? Jasmin Revolution! Wo denn jetzt hinläuft? Tunesien! Das war richtig! Dennis, macht keinen Schaden! Dennis... Warum kommst du mit dem Fingerfingerwaffe? Weil! Ich hab beide angedamaged! Okay, zwei Sachen richtig! Gut, gut! Ich will noch mehr Fragen! Ja, warte gleich! Nein, danke! Spielen! Okay! Welchen Bereich? TV-Serien, Macht und Geld oder Kinofilme? TV-Serien! TV-Serien! Da kann Bastian! Ah, ich weiß ja nicht! Welche Aussage über die ersten beiden Staffeln der Serie Homeland ist falsch? CIA-Kampf gegen Terroristen spielt nur in Washington D.C. US-Vizepräsident stirbt oder US-Soldaten sind Terroristen? Ja, spielt nur in Washington D.C. Good Job! Habe ich mir letztes Mal angeschaut? Eddie Falco spielt Mr. Soprano, aber in welcher Serie ist die Hauptfigur? Gamehawkers, Web-Therapy, Weez oder Nurse Jackie? Ich bin tot, scheiße! Keine Ahnung! Da! Ah, fuck! Falsch! In welcher Serie erlangt der Schauspieler Robert Artstone besonders Popularität? Unser Lehrer Dr. Spatzel, unser Lehrer Dr. Trossel, unser Lehrer Dr. Specht und unser Lehrer Dr. Amsel? Amsel! Boah, Pascal! Nicht nur in C.O.D. darf man nicht auf dich hören, auch in diesem Spiel! Ich dachte, das war wichtig! Ich dachte auch, what the fuck, weil so Trickserien... Ich habe es auch nicht gekannt, ich habe einfach geraten! Oh Gott, für den steht es schon 6 zu 2! Warte, wenn du, wenn du, ähm... Ach ja, ich habe keinen Bock! Wenn du nicht sicher bist, mach oben rechts! Ja, komm, was ein Wichser, ne? Zwei Runden, er hat schon alle sechs Fragen richtig beantwortet und ich rate mal zwei von sechs! Na 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 na! Alter, fuck it! Wie heißt die Schauspielerin, die in Desperate House weiß Gabriel spielte und Gastgeberin der MTV aufgeschuft? Ich fahre Longoria! Ich fahre Longoria! Wie hieß der deutsche Pfad Benedikt? Äh, der... Was? Ratzinger. Warte, warte, da ist überall Ratzinger! Josef! Josef! Hast du super gemacht! Mit welchem Wort bezeichnet Charlie Schien seinen Ausstieg bei TU und der Halfman gegenüber den Medien? Oh, ja! Superpower Winning! Winning! Winning, winning, winning! Winning, ist auch richtig! ÖI, öI, öI Krass Jungs, krass Uhuh, alle drei Sachen richtig beantwortet. So, kanns weitergehen. Nein, danke. Uhuhuuhw, ich hol auf, steht 5-7. Nach der Runde kommt die nächste Runde. Ach was! Fragen waren jetzt aber auch einfach. Weißt du, ich spiel Quiz-Duell aber will trotzdem erster, was los mit euch an tun? Leute, ich ess nebenbei und muss mir jedes Mal, ihr müsst antworten und muss jedes Mal meine Hände beschweren, weil es jetzt richtig fettig ist. Alter, jetzt kommt's schon, spiel ich. Du auch nicht, Dennis? Er hat noch 30 AP gehabt. Oh Mann, wieder TV-Serien. 30 AP. Wie heißt die Tochter von Walter White in der Serie Breaking Bad? Warte, warte da. Holi. Holi. Ja. Aus welcher Serie kennt man den Schauspieler Lee Majors? Sack mal, die Säcke. Sack mal, die Säcke. Sack mal, die Säcke. Ein Cold für alle Fälle. Das A-Team. Ein Q kommt selten allein. Baywatch. Rechts oben hat Pascal gesagt, etwa links oben. Wer spielt denn Wissenschafts-Nerd-Challenge-Cooper in der TV-Serie, The Big Bang Theory? Den Persons. Das hab ich jetzt auch gewusst. Alter, Alter, Mann. Ey, wir verlieren das Game ja. Kein Chef. Ja. Ähm. Hier kommt endlich ein paar Minuten. Okay, 7-7. Ausgleich. Jetzt gehe ich nie so noch spielen. Okay, er hat zwei Sachen richtig. Ich hatte drei Sachen richtig. Es geht um Essen und Trinken, Leute. Nein. Ein bekanntes Backwerk aus Frankfurt am Main ist der Frankfurter Kranz-Kreis-Ring-Kranz-Leo-Leo. In welchem Land darf man ab 16 Jahren Alkohol kaufen, jedoch keinen starken? Deutschland. Dän... Dän... Dänemark. Was? Dänemark. Erzhaft. Oh scheiß. Und Deutschland. Ja. Aus welchem Land kommt das Gericht Nasi Goreng? China, Vietnam, Indien oder Indonesien? Alter. Fuck. Ist es nicht China? Nein. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hol mir immer beim Chinesen, hol ich mir immer Nasi Goreng oder Wami Goreng. Und dann hab ich ja gedacht, beim Chinesen ist das China. Dennis, dreh dich mal um. Gleich ist es gar kein Chinesen, sondern ein Asiate. Also allgemein. Ja, es ist ein Asiate höchstwahrscheinlich, aber ich dachte immer von Chinesen. Eifer! Alle Asiaten sind Chinesen. Ja, aber nicht alle Chinesen sind Asiaten. Okay, Computerspiele. Ja, lass dich. Nein, natürlich alle Chinesen sind Chinesen. Wie lauße die Abkürzung eines bekannten Computerspiels? LOL. Aber nicht alle Asiaten sind Chinesen. Wie heißt der treue Begleiter von Sonic the Hedgecord? Tails Cox Cox. Tails. Hast super gemacht. Welche Art von Spielen ist Donkey Kong Country, das im Jahr 1950 von Rail für den Super Nintendo veröffentlicht wurde? Strategiespiel, Point and Click, Denkspur, Jump'n'Run. Jump'n'Run, wa? War das für ein Spiel? Was ist das Spiel? Ja, das war Jump'n'Run. War richtig. Erstmal was kaufen. Okay. Ähm. Zwei von drei Sachen richtig. Und von A. Aber bei A hat was schießt. Da ist rechts einer, Basti. Ne, du hast einfach rein. Ja, ich glaub du hast trotzdem was drauf. Komm, hol ihn dir, du süße Maus. Wow. Ja, ich weiß genau. Du bist ein Kacknapf, Kacknapf. Komm schon, jetzt Basti geht nicht auf. Da ist das Spiel schon längst gelaufen. Und trotzdem weiß ich noch, du schaffst, du schaffst, du schaffst es. Auch wenn wir nur noch Dennis haben, der währenddessen games... Boah! Woher kam der Schuss? Ich weiß auch, der ist dran, ist dran, ist dran. Wir haben nur noch ein scheiß Fakai-Typ mehr, der mit seinem Bild hat, der wäre Nazi-Wann. Doch, ich weiß genau. Er ist Russe. Okay, Leute. Okay, Neu-Spiel, Neu-Spiel. Wow, ich bin an der Reine. Alter, Leon, du hast zu rein. Mann, gegen den Typen hab ich keinen Bock, der Typ ist voll der Pro. Danke für meinen Fans, danke für meinen Fans. Er steht gerade mal 8 zu 7 für ihn, warum? Ich hab voll aufgeholt. Ey, what the? Ich bin schlecht, Dennis. Okay, das könnte ich gewinnen, ja? Er hat 6 zu 2 geführt, ich hab auf 8 zu 7. Bin ich zurückgekommen, ja? Machst du wieder. Ich würde sagen, TV-Serien, da kommt eine komische Serie dran, die ich eigentlich gucke. Ja, es gibt immer nur 3 zur Auswahl und es ist halt nicht immer TV-Serien da. Ich sag mal alle vor, ich will mich entscheiden. Ja, warte gleich. Du hast kein Recht zum entscheiden. Alter, was ist da los? Ich hab den guten Kill gemacht. Ich hab den guten Kill gemacht. Sehr hoffe, war das dein erster Headshot. Ja, glaub schon. Boah. Bin ich voll gemessen. Boah. Bin ich voll gemessen. Ich zeig jetzt mal. Dam, dam. Was du drauf hast, du Lappen. Dam, dam. Ja, Dennis. Komm, gib mal. Hast du richtig Gas? Das ist der Dünn, ist nice. Auch wenn du ein Kasacher bist. Weiß ich genau, du will dich da geben. Das ist Basti, ey. Wohl gar nicht. Oh, fuck it. Ach man, Dennis, schade. Oh, voll nix. Ja, Kisten! Komm schon. Okay, zuerst ist Medien und Unterhaltung, Leute. Also, tschaußen, Leo der Kisten, alles ist geil. Tschüss.